Gehen wir weiter. Nächste Meister-Sassinen-Mission. Dann geht's weiter zur nächsten Meister-Sassinen-Mission. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. So, go, so, so. Also es gibt ja immer so einen Teil 2 dann immer noch von der jeweiligen Mission. Und ich weiß gar nicht, ob die jetzt direkt kommt. Und wenn nicht, dann werde ich wohl die nach der Hauptmission machen müssen. Weil ich habe jetzt auch keine Lust zu warten oder so. Ich bin gespannt, Sie zu hören. Ein hiesiger Drucker erhielt heute eine Drohung, die wir ernst nehmen sollten. Ich glaube, die Templer wollen ihn verstummen lassen. Ich würde seine Gegner gern herauslocken, indem ich vorgebe, ihn an einen anderen Ort zu geleiten. Und wozu braucht ihr mich dabei? Ihr sollt die Verfolger verfolgen. Wir gehen ganz offen, während ihr unentdeckt bleibt. Motobene. Die deutschen Erkenntnisse der Medizin, Alchemie und Säftelehre stehen hier für euch bereit. Bleibt in der Nähe und tötet alle Templer, die ihr findet. Sie könnten überall sein. Oh, das ist gut. Oh, oh, oh. Er hat einfache, aber das ist Mord und Dich, die Einfachheit. Einfach weitergehen, Freunde. Ja, weiter so. Bitte Gott, steh mir bei. Eine Todesvater. Eine Todesvater. So, gehen wir weiter und warten auf die, die angreifen. Alles cool. Oh, oh, oh. Wenn das deine einzige Sorge ist, dann ist das echt traurig. Feuer, ich muss gehen. Schnell. Nicht ins Gesicht. Bitte nicht ins Gesicht. Gnade. Nicht ins Gesicht. Bitte nicht ins Gesicht. Heilane, Zeit zu gehen. Nichts wie weg hier. Einfach nur weg hier. Das ist ein eleganter Artefot. Lass mich einfach in Frieden, bitte. Ich will nicht sterben, bitte. Darf der mich auch nicht sehen? Alles klar. Haltet ein, Assassine. Auf diesen Mann ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Ich werde nicht schweigen. Niemals. Was? Wieso verbindet er verloren? Was ist denn? Ist er weggelaufen? Soll ich dir folgen oder was? Haltet ein, Assassine. Auf diesen Mann ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Ich werde nicht schweigen. Niemals. Tötet mich nicht, Defendim. Bitte. Gott, steh mir bei. Nein. Scheiße. Ich versuche euch zu retten. Bleibt hier. Bleibt versteckt. Mein Assassine braucht Hilfe. Ganz ruhig bleiben. Kommt. Kommt. Warum müsst ihr euch so zum Namen machen? Komische Erscheinung. Der alte Tag. Den kenne ich doch. Ein Lauter. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Was ist geschehen? Wer war dieser Krieger? Ein rechter Hühner, nicht? Nie sah ich die Templer mit solch brutaler Gewalt vorgehen. Heute konnte ich ihn besiegen, aber wirklich nur knapp. Seid wachsam. Der kommt zurück. Alles klar. Die Almogawa-Axt freigeschaltet. What the fuck? Das bringt mir jetzt viel. So viel. Gut. Dann geht's weiter. Okay. Ich brauche meine Bomben. So. So. So Ich brauche halt meine Bomben Na gut, welche dabei zu haben, würde ich sagen Immer gut, welche dabei zu haben So 260 Meter Ah, die Muniz hier noch auffüllen Ach, das war die Bank Der Schmied ist eins weiter Der Schmied ist eins weiter Ich werde es nochmal zählen Ich bin auch Fachmann für Unterkleider Polderer Finissen Alles klar Schnell weiter Ja hier die Söldner und die Diebes Mission Ja die machen wir auch noch, keine Sorge Die Roma Mission ist ja auch Ist ja schon in der Hauptmission drin In der Hauptmission drin Deswegen haben wir jetzt hier nicht so Keine extra Hauptmission Wie immer das gleiche ein Assassinen zuordnen Mit dem Reden Merhaba, Mentor Habt ihr bei all euren Reisen jemals den Namen Lysistrata gehört? Das Drama von Aristophanes? Nein, sie ist eine örtliche Schauspielerin, die sich nach einer Rolle in diesem Stück nannte Sagt mir nichts Kommt ihr ein Stück mit? Wir haben ein kleines Problem Die Schauspielerin Teil 1 Finden sie mehr über die seltsame Frau auf dem Platz heraus Ihr Rekrut darf nicht verletzt werden Es könnte schwer Es könnte schwer werden Es könnte wirklich schwer werden Seit einiger Zeit gehen in der Stadt Gerüchte um die ein gefährliches Licht auf Lysistrata werfen Wir befürchten, dass sie für das Verschwinden einiger bedeutender Männer im ganzen Reich verantwortlich ist Doch ihr habt keinen Beweis Noch nicht Aber heute vielleicht Da ist sie Und sie ist nicht allein Ich folge ihr auf der Straße Ihr nehmt die Dächer Achtet auf alles Verdächtig Hatte mich entdeckt? Wie hat ihr mich denn entdeckt? Ist das unmöglich? Wie hat ihr mich entdeckt? Ich war hinter der Wand Und sie ist nicht allein Ich folge ihr auf der Straße Ihr nehmt die Dächer Achtet auf alles Verdächtig Das ist eine Dächer Bene 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 Töne Gehe dem Freund, wenn jeder Ruf erläutert wird. Gut gemacht. Ich muss weg hier. Hä? Er ist tot, oder was? Steh in die Nähe! Lauf! Habt er auf dem Feuer! Ich muss gehen! Schnell! Juppe! Ich muss fort von hier! Ich muss beide etwa einen Blick haben. Es funktioniert. So, komm. Schnell hoch. Was hat sie vor, die Schauspielerin? Komm schon, hoch hier. Hoch hier und dann weiter. Komm. Diese Verfolgungsmission. Man liebt sie. Nicht. Man kennt sie. Okay. Okay. Das war's für heute. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Okay. Hier haben wir noch einen Assassin-Rekruten. Dann holen wir uns den schnell noch. Oh, oh, oh!